Wir führen dazu, dass wir die Finanzierung kommunaler Dienstleistungen in vielen Ländern einsparen müssen. Das heißt, wir versuchen hier die Basis der Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen zu gewährleisten, indem das Steuersystem entsprechend verändert wird, eine Umverteilung von oben nach unten passiert, um öffentliche Dienstleistungen zukünftig auch finanzieren zu können. Das ist die Dachorganisation, die uns sozusagen eine Stimme auf globaler Ebene gibt. Wir können beitragen, die Forderungen, die Ziele der IÖD in die nationale Politik einzubringen, unseren Gewerkschaftsmitgliedern die Notwendigkeit des Erhalts öffentlicher Dienstleistungen näher zu bringen. Und daher ist es eine Wechselwirkung zwischen IÖD und den nationalen Mitgliedsorganisationen.